So Leute, der Talent kommt wieder. So Leute, der Talent ist wieder hier eingefahren. Ich versuche gerade hier, dieser Style hier wieder zum Spannen zu bringen. Aber es reißt immer aus, diese Kette. Da. Woher kommt denn mein Opa? Er hat gesagt, er kommt, aber ist er nicht gekommen jetzt. Vielleicht kommt er ein bisschen später. Könnte er ja auch sein. Ich werde dabei noch dieses Draht, diesen Draht da spannen. Oder, nee, diese Kette, sorry. Die Kette hier muss ich noch spannen. Damit da keiner über die Gleise geht. Ja, Leute, bis später.